Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Video des Tages. Es heißt meine Apple Watch 10, also What's on my Apple Watch 10. Ich starte die Apple Watch Synchronisierung. So, hier ist mein Ziffernblatt. Und hier sind meine Ringe, Aktivitätsringe und meine Schritte. Und hier sind jetzt alle Apps. Da ist zum Beispiel Shazam auch dabei. Ein Watch Chat, Foodmob oder Foodmob. Dann ist da ein Rechner, die Kamera. Das ist wohl Herzschlag hier. Herzschlagmessung. Wetter ist hier auch drauf. Und das wohl Stoppohr oder so. Und ja, hier Achtsamkeit. Dann haben wir noch Nachrichten, klar. Telefon. Aktivität habe ich schon gesagt. Kalender. Und das war es eigentlich schon. Und hier nochmal mein Ziffernblatt. Ich habe da auch noch andere. Das hier zum Beispiel. Und das war es jetzt auch schon wieder von What's on my phone. Äh, What's on my Apple Watch. Sorry. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.